ja und herzlich willkommen hier zurück bei ironzog medmax es hat sich ein klein wenig hier bei uns was getan und zwar ich zeig es euch mal ich habe wie man hier sieht die ganzen vogelscheuchen sind weg sozusagen die man hier hatte und sniper türme und minenfelder die habe ich jetzt hier überall gecleart komplett das einzige was ich hier nicht gemacht habe ist die kolonnen wie man hier noch sieht die sind alle rot und halt die großen lager das ist so das was wir machen werden sozusagen weil sonst immer zu den minenfeldern hinfahren die absuchen war doch ein wenig eintönig muss man dazu zu geben ein bisschen action will ich ja schon viel mehr action und ja deshalb habe ich mir das eben halt offscreen sozusagen das gemacht den rest werden wir dann eben halt zusammen machen und das nächste ziel ist jetzt erstmal sozusagen diese stadt hier wie man ja noch sieht der wassertank fehlt ja noch dann das was man darf die manda farm oder maden farm okay fehlt noch ein paar teile dann die schrott crew und der späturm fehlen noch ja genauso wie große schrott vorrat für 1500 das werden wir hier fertig machen ich glaube bis dahin sind wir dann auch glaube ich so weit fertig dass wir dann hier zur großen durch können zum nächsten nehmen halt oder nehmen halt hier nach oben hoch müssen deswegen ja ansonsten hätten wir noch hier hinten noch eine mission aber das machen wir dann etwas später erst erstmal wie gesagt wo die einzelnen teile sind so wie jetzt hier eben halt der wasserspeicher der erste teil hin fahre dann fahren wir eben halt hier was am nächsten halt liegt und so da gehen wir sozusagen einmal reihe rum und nebenbei machen wir dann eben halt diese kolonne jeweils einmal mit das heißt jetzt hierhin das teilholen kolonne mitnehmen dann hierhin dann die kolonne und dann ist glaube ich hier kein schrott teil mehr sondern nur noch relikte nur noch relikte ja das ist sozusagen erst mal unser weg die wir machen zum einsteigen ich muss zugeben ich habe ein wenig etwas länger nicht mehr gespielt gehabt jetzt muss ich erstmal schauen wie alles nochmal geht ja ansonsten ja ansonsten kommen schöne ersten ja kommt ihr mir hingehen wir müssen andere stunden lang fahren alles Ah, Mist, zu weit vorne. Okay, wir steigen aus. Wir rennen. Wollen wir hier vielleicht irgendwas zum... So, dann komm her. Ha! Na, 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 na. So, jetzt haben wir. Messer rein. Ja, komm her, mein großer. Fuck. So, oh mein, gemessert. So, okay. So. Eigentlich könnten wir jetzt ja die Fahrzeuge wieder zurückfahren, sozusagen, um... Schrott zu bekommen oder sonst irgendwas, aber... Nö. Keine Lust. Ein bisschen viel Benzinkrad verschneidet. Naja, was denn jetzt? Ach, das sind nur Wurfsperien. Wir brauchen jetzt alle nicht. Ja. Wie gesagt, wir wollen da hoch. Das Schrott hält uns wohl. Ja, sozusagen. Sau. Ach so, ich dachte jetzt ist hier jemand, sozusagen noch. Ah, bestimmt hier im Schiff drin, aha. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? Ah, stimmt ja, genau, die gelben. Und dann mit... Hm? Ich erinnere mich wieder dran. Ach ja. Gut. Gut. Haha. Oh. Jetzt hat meiner volle Wut. Super. Okay. Ähm. Das Essen tun wir gleich zur Not. Wenn jetzt doch hier jemand ist, den wir auf die Fresse hauen müssen. Nö. Dann können wir jetzt schon mal essen. Ja. Ja, dem Max habe ich auch soweit alles was geht reingedrückt an Zeug. Der ist jetzt ein bisschen mehr gepanzert. Hat mehr Movements drauf. Und all sowas noch. Aber... Da war jetzt nix weltbewegendes dabei. Aber dich haben wir schon mal. Das erste Wasserteil. Oh. Ach so. Stimmt. Das haben wir jetzt fertig hier unten. Das Teil. So. Das nächste ist jetzt hier diese Kolonne auszuschalten. So. Das wollte ich doch nicht. Das kommt runter hier Max und ab hinter. So. So. Auf zur Kolonne. Auf zur Kolonne. Man kann doch irgendeinen Scharfschützen drin machen. Und dann. Ah. Ha. Sehr schön. Wir haben einen Benziltank. Kannste nehmen. Tanken. F. Ist doch wunderbar. Das Glück ist mit uns. Tank wieder voll. Ende. sehr schön das war doch super jetzt. Einfach gegen Boom Ansatz. Ach wir müssen hinkommen, das sehe ich gerade. will er mich jetzt hier ver- ne wir können Körfeld einfangen. Gut. Ganz kurz gucken, wo zurzeit die Kolonne ist. Mal gucken, kann man hier, wie war denn das, umsteigen. Das ist rückwärts gucken. Ich musste mal ganz kurz reingucken. Die Steuerung. Fahrzeug. Tastatur. Fahrzeug. Wie komme ich denn auf das Scharfschützengewehr? Linke Waffe, rechte Waffe. Okay, Schnellfeuer. Warte mal. Diese Zeit muss ich mir leider nehmen. Okay. Hm. Ach, ja, ja. Leertaste war beschleunigt. Hm. Hm. Ich muss, hm. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Ja. Ähm. Ah. So. D1. Gut. Ha, siehste. Ja. So, okay. Hm. Da kommt sie schon, die Kolonne. Das ist sehr gut. Das heißt, wir tun uns mal hier schnell nach oben wehen. So. Hier nach oben. Ähm. So, da kommt sie schon. Sehr, sehr gut. Das heißt, hier können wir dann nämlich langsam hier abschalten. Oder ausschalten, eher gesagt. Abschalten. Ähm. Ähm. A convoy of epic proportions. They're not the grand hojo what sits on the hood. The Lord of a destroyer power for us. Ah. Vorwärts. Ha. Und los geht's. Farm war schon ausgeschaltet. Sehr gut. So. So. Den Rest holen wir jetzt auch so. Sind glaube ich jetzt nur noch vier Mann. Drei nur noch. So. Wieder einer weniger. Ne. Okay. Wir kommen noch nicht dran. So. So. Der bleibt jetzt auch stehen. So. Und ran da jetzt. Ja. Du bist jetzt alleine, oder? Mist. Ja. So. Ich will ja auch nicht in die Luft jagen. Ich will ja auch nicht in die Luft jagen. Nein. Okay. Ich will ja auch nicht in die Luft bluten. Ha, ha, ha ha. So. Jetzt komm her. Der hat sich da gerade selbst umgebracht. Aber keine... Ah, Benzeln, das ist sehr schön. Dankeschön für Verweisbringung. So. Jetzt ist die Frage, müssen wir den zerstören oder müssen wir den hinbringen? Ähm, F für Tanke. Ja, mal schauen, ob wir den jetzt... Okay, voll. Damit kann ich... Ja, so. Ja, gut. Können wir noch ein bisschen fahren? Ist auch nicht so weit. Das heißt, wir bringen den mal schnell nach Hause. Ah, auf dem Dreirad ist schon jeder gefahren. Auf dem Dreirad kann man fahren. Hat selbst schon nie geschafft. Also... So, dann haben wir wenigstens das auch fertig. Ich hoffe, das zählt jetzt. Und nicht, dass das heißt, ich muss die Dinge hier zerstören. So. So. Sechs Fässer Benzin und Treibstoff. Niemands nimmt. Gott ist der Freude. Nee, das ist eigentlich nur wir. Und mit. So. Dieses Fahrzeug ist kein Sammelstück. Nein, wir hätten es also zerstören müssen. Okay. Mal gucken. Gut. Wir haben jetzt noch sechs Schuss. Das heißt, wieder zurück zum Konvoi. Und nochmal ausschauen. Also in die Luft jagen. Ach, Mann. Was soll's? Was soll's? Ähm. Ich weiß, dass da der Punkt ist. Ganz kurz mal vor die Uhr schauen. Nee, die Raufholke sähe ich hinaus. So. Aber da ja, wie gesagt, er hier entlang kommt, also fahren wir ihm sozusagen entgegen den Konvoi. Keine Raufholke bis noch. So. Und hier ist es auch nicht. Okay. Jetzt weiß ich, dass wir hier blühen Konvoi finden. Er wird uns ja eh sagen, wenn jetzt gleich ein Konvoi auftaucht. Okay. Ah, ja. Oh. Erstes. zweites zack, ausgeschaltet ok so, was für einen Teil haben wir hier bekommen ok super dann halt so jetzt ab ins Lager hinein so, einfach geht das ja, ja ok ok aus, dass wahrscheinlich der hier für den da ist, bestimmt wir fahren jetzt mal zu dem hin und hören uns mal an, was der zu sagen hat son so ja so